Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein kleines Kanal-Update, beziehungsweise ich möchte mit euch darüber sprechen, was ist in den letzten Wochen passiert, was mache ich aktuell und was plane ich in der Zukunft, beziehungsweise was kann aktuell vielleicht nicht mehr durchgeführt werden. Natürlich sprechen wir in diesem Video auch über das Ordnerprojekt, denn da haben sich einige Änderungen ergeben, die nicht so toll sind, aber dazu später im Video mehr. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, die wissen vielleicht, dass ich gerade aus Italien zurück bin. Ich habe da eine Woche mit meiner Familie im Piedmont verbracht und wollte eigentlich im Bereich des Po unterhalb des Mont Blanc auch ein wenig wandern gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe keine Motivation gefunden zum Wandern. Wir waren da in einem kleinen Bergdorf, 20 Einwohner und hatten da ein Ferienhaus mit eigenem Pool und Wahnsinnsausblick. Ich werde euch mal ein paar Bilder einblenden und da hatte ich irgendwie null Motivation, überhaupt irgendwas zu machen, zumal das Bergdorf so abgelegen war, dass man gut zwei Stunden fahren musste, um überhaupt eine adäquate Möglichkeit zu finden, einzukaufen. War schön, hat richtig viel Spaß gemacht, war mal wieder erholsam, aber zum Wandern hatte ich da wenig Lust. Aktuell haben wir in Tirol ja Sommerferien, das heißt, meine Tochter ist bis Mitte September zu Hause und damit geht zurzeit ja auch viel Zeit für die Familie drauf. Nicht, dass mich das stören würde, ganz im Gegenteil, ich mache gerne Touren mit meiner Familie, bin gerne mit meiner Familie und zusammen unterwegs, aber da bleibt dann wenig Raum für YouTube, weil nebenbei muss ich natürlich auch noch arbeiten und ja, das wird dann alles ein bisschen engzeitlich und daher habe ich die Kamera vielleicht nicht ganz so oft dabei aktuell. Trotzdem möchte ich euch natürlich so gut es geht auf dem Laufenden halten und ja, daher habe ich mir gedacht, ich nehme euch heute mit auf diese kleine Morgenrunde, um euch einfach mal ein kleines Update zu geben, was ist eigentlich momentan Stand der Dinge. Ich kriege ja viele Nachfragen zum Ordnerprojekt, das finde ich auch toll, aber ja, ich komme meinem Dokumentationsauftrag momentan leider nicht so nach, wie ich das möchte, weil auch nicht alles so klappt, wie ich das möchte bzw. vielleicht habe ich auch an mich selbst zu hohe Ansprüche und dokumentiere Dinge, von denen ich denke, dass sie für euch nicht interessant sind, einfach nicht, obwohl sie vielleicht für euch doch interessant wären. Das ist immer so eine Sache. Ich frage mich momentan sehr oft bei einem Video, schaut sich das eigentlich einer an, ist das eigentlich von Interesse und ja, wenn ich mir selbst die Frage mit Nein beantworte, also wenn ich das nicht als Video schauen würde, dann dokumentiere ich das Ganze oft auch gar nicht, weil ich es einfach für überflüssig halte oder für uninteressant. Aber ich gelobe der Besserung, es gibt ja jetzt diese YouTube Shorts Funktion, vielleicht würde ich da einfach mal mehr nutzen, um so Kleinigkeiten zu dokumentieren, aber das steht noch in den Sternen, da muss ich noch ein bisschen rumspielen. Aktuell ist es jedenfalls so, dass ich vieles mache, aber nicht immer die Kamera dabei habe, leider. Als ich vor einigen Wochen oder ja, jetzt sogar schon fast zweieinhalb Monaten das Ortler-Projekt ins Leben gerufen habe, da war mir von Anfang an klar, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon, wie man heutzutage immer so schön sagt. Also mir war klar, das ist kein YouTube-Hype-Projekt, was man mal eben in einem Jahr runterreißt, sondern das ist ein langfristiges Projekt, was ich mir selbst gesteckt habe und wo ich mir gesagt habe, okay, ich habe mittlerweile viele Menschen draußen kennengelernt, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die vom Wandern langsam zum Bergsteigen übergehen und die sich vielleicht auch fragen, kann ich sowas schaffen? Und für diese Leute wollte ich das Ganze dokumentieren oder möchte, es ist ja noch immer so. Unabhängig davon scheinen einige so aufgefasst zu haben wie, hey, ich mache mal eben ein Projekt, wo ich aus der Haustür rausgehe, ich laufe über die Alpen und steige mich auf den Ort und das Projekt ist erledigt. So war und ist dieses Projekt nie geplant gewesen, so war und ist dieses Projekt auch nicht angelegt. Für mich war einfach schon immer klar, ich gehe die Gipfelbesteigung inklusive Alpenüberquerung dann an, wenn ich mich dazu körperlich in der Lage fühle und wenn ich mich auch ausreichend erfahren fühle. Ich hatte ja schon in den ersten Videos zum Ort einmal gesagt, mir fehlen einfach gewisse Skills, die ich unbedingt vorher noch erlernen muss und da ist zum Beispiel der Hochtourenkurs und es ist aktuell so, es werden zwar wieder Hochtourenkurse angeboten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher keinen Bergführer gefunden, der mir erlaubt, das Ganze mit der Kamera zu dokumentieren. Das sind meistens Alpenvereinskurse und das ist ein riesen Hickhack, da die Kamera mitzunehmen und ich bin auch schon bereit, mir selbst einen einzelnen Bergführer zu buchen, der mir quasi den Kurs in einer Einzelstunde gibt, also in Einzelstunden gibt, das ist natürlich wesentlich teurer, aber auch da sagen mittlerweile viele Bergführer, ja, nö, wir hatten jetzt so lange nichts gemacht, wir machen jetzt erstmal die Gruppenkurse und etc. Also es ist da sehr schwer für mich momentan, einen geeigneten Bergführer zu finden, der mit mir die Ausbildung macht und so, dass ich sie auch dokumentieren kann, weil viele möchten das auch gar nicht. Man hat mir erzählt, da geht es auch um rechtliche Dinge, ich weiß es jetzt nicht, kann das nicht beurteilen, aber nur mal so als Hintergrundwissen für euch, das ist ein Punkt, der mir gerade schwer im Magen liegt und ja, ich hoffe, dass es da gegen Ende des Jahres besser wird. Aktuell ist es jedenfalls nicht so, dass ich da viel Erfolg habe in diesem Bereich. Ein weiterer Punkt, der ja zumindest in diesem Sommer richtig extrem ist, ist halt die Belegung der Hütten. Also die meisten Hütten waren nach Öffnung der Grenzen schon komplett ausgebucht und es gibt ja immer noch die Auflage, einen eigenen Schlafsack hier in Österreich, teilweise sogar ein Kopfkissen mitzunehmen und das erhöht natürlich das Gepäck massiv und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Also eine Hütten-Tour unter Corona-Bedingungen ist für mich ein absolutes No-Go, da habe ich keinen Nerv drauf, ich habe keinen Nerv, mich auf jeder Hütte zu registrieren, ich habe keinen Nerv drauf, die ganze Sonderausrüstung mitzuschlüren und ja, von daher fällt die Alpenüberquerung in der geplanten Form in diesem Jahr sicherlich definitiv erstmal flach, weil das Ganze für mich nicht so durchführbar ist, wie ich es möchte. Und ich mache kein Projekt für YouTube, sondern ich mache ein Projekt für mich und ich nehme YouTube, also euch quasi mit. und von daher gehe ich die Tour dann, wenn ich es für mich sage, okay, die Rahmenbedingungen sind so, dass sie für mich aktuell passen und zurzeit sind sie es nicht. Ich weiß nicht, ob die Rahmenbedingungen Ende September vielleicht wieder so sind, dass sie für mich passen. Stand heute, Anfang Juli sind sie es jedenfalls nicht und von daher kann ich zum Zeitplan momentan auch gar nicht so viel sagen. Ein weiterer Punkt ist derzeit auch die Kondition. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Konditionsmäßig bin ich, obwohl ich viel laufe, obwohl ich viel wandere, total im Keller. Und ich bin momentan in der Situation, wo ich sage, ich würde aktuell, wenn ich heute starten würde, die Tour schon konditionell gar nicht schaffen. Und daher liegt bei mir momentan der Fokus viel auf Konditionsaufbau. Ich habe am Anfang des Projekts mit Tobi Alpinfax auch ein bisschen über das Projekt gesprochen und er hat zu mir gesagt, ja, das Beste, was ich für das Projekt tun kann, ist viel, viel wandern, viel, viel Höhenmeter machen und der Rest kommt ganz von alleine. Das heißt, er hat mir so als Richtlinie gegeben, so eine 8-10-Stunden-Tour müsste ich locker machen können, ohne jetzt irgendwelche, ja, konditionellen Einbrüche zu erleiden. Und das ist, sage ich ganz ehrlich, momentan nicht drin. Ich weiß nicht, warum und das nervt mich selber, aber das ist ein Punkt, der mich bremst und ich plane momentan nicht weiter, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ein weiteres Problem hat sich jetzt kurz vor dem Urlaub aufgetan und zwar hatte ich am letzten Tag vom Urlaub noch eine kleine Lechweg-Tour geplant. Ich wollte zwei Tage auf dem Lechweg wandern und zwar von zu Hause aus, das Ganze mal durchtesten und wollte da, ja, halt Lech aufwärts zwei, drei Etappen gehen. Ich muss jetzt sagen, an dem Tag war es super heiß und bin dann von zu Hause aus losmarschiert. Mein Plan war, irgendwo bis Vorderhornbach zu kommen, um dort abends ein Lager aufzuschlagen oder auf den dortigen Campingplatz zu gehen. Aber so ab Kilometer 20 habe ich einen massiv stechenden Schmerz in meinen Waden gefühlt. Ich habe erst gedacht, ich hätte irgendeine Pflanze gestriffen, die mich gestochen hat oder irgendwas. Hatte auch eine lange Hose, habe da jetzt nichts gesehen und bin weiter marschiert. Und ja, irgendwann bei Kilometer 23, 24 ging dann gar nichts mehr. Es hat gebrannt wie Feuer. Es hat gejuckt, alles irgendwie gleichzeitig. Und ich habe mich dann von meiner Frau abholen lassen und habe dann abends gesehen, dass meine Schienenbeine voller roter Flecken waren. Das war natürlich total erschrocken. Und ja, habe da ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass das die sogenannte Pilgerkretze ist. Hört sich jetzt dramatisch an. Ist gar nicht so dramatisch, aber nervig und störend und schmerzhaft teilweise. Dieser Pilgerkretze, ich habe da im Übrigen auch Bilder gepostet oder ein Bild gepostet auf meinem YouTube Community Tab. Da poste ich insgesamt sehr, sehr viel. Ihr solltet also, wenn euch das Projekt interessiert, unbedingt den Kanal abonnieren, damit ihr diese Postings auch mitbekommt. Denn da gibt es definitiv immer mal Zwischenupdates. Aber zurück zum Thema. Ihr merkt es. Also kleiner Berg und schon wieder aus der Puste. Ist ja grausam. Bei dieser sogenannten Pilgerkretze handelt es sich um ein Gefäßproblem. Das heißt, bei hohen Temperaturen, bei hoher Belastung halten die Gefäße das Blut nicht mehr ausweichend. Und ja, es blutet ins Gewebe. Und das sind halt diese roten Flecken. Das äußert sich bei jedem unterschiedlich. Bei den einen ist es so, dass es halt nur juckt. Andere merken gar nichts. Bei anderen ist es eher noch schmerzhafter wie ein Brennnesselstrauch. Und ja, leider gehören zu dieser Art von Mensch. die eben dieses unheimliche Brennen haben. Und für mich ist das jetzt eben ein Problem, dem ich erstmal auf den Grund gehen muss. Weil wenn ich eine Alpenüberquerung mache mit anschließender Ordnerbesteigung, dann kann ich nicht schon ab Kilometer 20 mit so massiven Problemen in den Schienenbeinen weiterlaufen. Es ist einfach so, dass diese sogenannte Pilgerkretze ist wohl erstmals bekannt von Jakobsweg-Pilgern, die halt viel in den heißen Regionen wandern. Insbesondere in heißen Momenten auftritt, also in heißen Tagen. Das hieße für mich schon mal Hochsommer wäre schon mal komplett tabu. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Viele Ärzte kennen sich mit dem Phänomen auch gar nicht aus. Es gibt auch kaum Informationen im Internet. Ich habe von den einen oder anderen von euch draußen sinnvolle Tipps gekriegt. Daher an dieser Stelle auch erstmal danke. Die muss ich erstmal alle ausprobieren und ein bisschen auf den Grund gehen. Weil es scheint wohl doch der eine oder andere Probleme damit zu haben. Aber für mich steht fest, wie gesagt, ich kann nicht losmarschieren mit diesem Problem beziehungsweise wenn ich nicht weiß, wie ich dieses Problem in den Griff bekomme. Und daher ist das ganze Projekt für mich nicht damit getan, einfach mal für 1000 Euro Ausrüstung zu kaufen und loszumarschieren. Sondern ich stehe momentan eher vor den körperlichen Herausforderungen, die ich zeitlich gar nicht einschätzen kann. Das heißt, Konditionen, die ich weiter aufbauen muss und dieses Ätzenproblem, was ihr schon eklig anhört, muss ich auch irgendwie in den Griff bekommen. Und von daher das sind so die Baustellen, an denen ich momentan rumhantiere, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich denke, es gibt euch mal so einen kleinen Überblick, dass das Projekt definitiv nicht steht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt habe ich keine Konditionen und keine Hütten sind voll, ich habe keinen Bock mehr drauf. Also das Projekt ist für mich immer noch oberstes Ziel, weil ihr müsst verstehen, das ganze Projekt ist für mich nie als YouTube-Projekt angelegt worden. Ich wollte für mich persönlich ein Ziel haben. Ein Ziel, wo ich sage, okay, darauf arbeitest du hin, dafür lohnt es sich, dich bei 30 Grad draußen kaputt zu schwitzen, um diesen Traum zu erfüllen und den Weg dahin, da nehme ich euch einfach mit. Von daher, wie gesagt, bitte, bitte seht das Ganze nicht hier als mega-Halb-Projekt, sondern seht es als langfristiges Projekt, bei dem ihr mich begleiten könnt, bei dem wir gemeinsam uns ein bisschen austauschen können, weil ich habe einfach gesehen, wie gesagt, draußen sind es sehr, sehr viele Wanderer, die auch anfangen, höhere Touren zu gehen, die auch vor diesem Übergang stehen und YouTube-mäßig gibt es da sehr, sehr wenig, weil wenn man sich die Bergwander-Videos anguckt, dann sind die meisten sehr, sehr spektakulär, super gedreht, aber so als Einsteiger denkt man sich, boah, komme ich da jemals hin, kann ich das schaffen und ich denke, es macht da auch Sinn, einfach mal ein paar Sachen ruhiger zu dokumentieren, in Verbindung mit der Ausrüstung, die wir auf meinem Kanal ja auch immer besprechen und das Ganze macht das dann auch insgesamt zu einem guten Package, denke ich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es hier weiter und natürlich geht es hier weiter, natürlich werde ich auch weiterhin alles dokumentieren, sofern es möglich ist und sofern es interessant ist, aber bei dem Ortler-Projekt muss ich jetzt aus gesundheitlichen Gründen erstmal Schritt zurücktreten. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal vorrangig darauf konzentrieren, lange Strecken zu wandern und zwar lange Strecken mit Rucksack. Ich habe mir da verschiedene Möglichkeiten ausgesucht, ich werde einige Etappen auf dem Lechweg jetzt gehen, werde die unterteilen für mich selbst so in 20 Kilometer Etappen, damit ich sehe, wann das Problem mit der Pilgerkretze genau auftritt dann habe ich den Starkenberger Panoramaweg, ich habe den Adlerweg, also ich habe da so einige Wege, die ich jetzt erstmal immer in zwei, drei Tagesetappen, wahrscheinlich eher zwei Tagesetappen gehen möchte, um zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie das Ganze auf verschiedene Außentemperaturen reagiert und mit welchen Mitteln ich das Problem letztendlich in den Griff bekommen kann. Ich hoffe, mit diesem kleinen Video konnte ich euch einen Überblick verschaffen über die Dinge, die sich momentan ändern, beziehungsweise was mich gerade bewegt oder stört und ja, auch wenn ich es nicht gerne zugebe, sind es momentan eher körperliche Befindlichkeiten, die das Projekt ein wenig bremsen, aber das bekomme ich auch noch in den Griff und von daher bleibt gesund, habt eine schöne Woche und wir sehen uns dann hoffentlich bald im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao!